Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIII. Wir sind immer noch im Bosskampf gegen einen hässlichen Supergegner. Ist geil, was zockst du eigentlich ab? Was bist du für eine Art Boss? Ich halte es nicht aus. Ich halte es im Kopf nicht aus. Ja, los, 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 los. Es dauert zwar ewig auf diese Art und Weise, aber es muss einfach irgendwie gehen. Ja, ist geil, ist geil, ist geil. Ich will dich nur in Schock versetzen. Okay, jetzt wechseln. Alles heilen. So müssen wir das angehen. So, und jetzt werde ich sicher nicht mehr in Blitzschlag wechseln, weil sonst frecken wir alle. Benil, heil uns und stehe nicht so blöd rum. Okay, diesmal schaffen wir es auf jeden Fall. Ein Angriff noch und du bist weg. Ja, schön, das ist mir jetzt egal. Zack und Bams. Oh, was für ein Dreck. Wir haben einen Gegenabzei, Turra. Ja. What about your focus? What happened to banding together and saving the world? Isn't that what you promised? Now you want to forget it all and die right here? Snow, you're nothing but talk. Lightning! I'll do whatever it takes. I'll finish this focus and keep Sarah safe. That's my promise. Great job so far. Stay out of trouble. You do. Get going. Later. Okay. Stone. save it for next time kiddo good luck behind but it's okay hope light will take care of you we'll meet again yeah count on it he brings nicht fertig im gesamten spiel bring das nicht fertig um die wahl zu sagen wie wäre es wenn du auf den kristall einschlägst anstatt auf den boden wie wär's denn damit nur so ne idee neue formation lightning brecher vanille verheerer serge verheerer okay wieder 65.000 daten es war so klar sarah ist zu einer reglosen kristallstatue start unklar ist ob dieser zustand ihren tod bedeutet oder einem schlaf ähnelt schweren herzens verabschiedet sich lightning von ihrer schwester die kokoon falls sie sind übernatürliche wesen die vor urzeiten kokonen erbauten und seither über die menschen wachen die schutzgarde ist die größere der beiden teilstreitkräfte des militärs ihre aufgabe ist die wahrung der öffentlichen sicherheit und ordnung die schutzgarde hält die monster der wildnis in schach und übernimmt die aufklärung und verfolgung von verbrechen das sicherheitsregiment botum ist die in botum stationierte abteilung der schutzgarde lightning gehört bis zu ihrem austritt aus dem militär dieser abteilung an so neue gegner datenbank wieder hässliches eliminiereinheiten äh mannast viel mechatron nachdem wir ihn einmal gekillt haben vorher sah er so aus zum glück hat er jetzt keine arme mehr das war noch westlicher gewesen und ich will kristallium aufwerten sofort brecher ist erstmal wichtiger hab ich das schon gemacht? nö ist klar ist 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 klar so vanille jetzt bist du dran na erstmal als 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 erstmal als verheerer ist klar ich hasse es wenn es kurz davor stoppt so bei serge gibt es einiges zu machen ja ist geil ist geil gibt es hier irgendwo items ich will items haben aber natürlich kriege ich keine ja wenn er nicht mit will soll das sein lassen ja wird er schon sehen wenn nicht ich liebe euch nicht was seid ihr für frische yeah am gegner vorbei und jetzt weg hier gibt es hier irgendwo items ja ha 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 und meef secret und gegner gegner ist das meef secret aha ha 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 in den gegner hinein na ihr seid ja keine feine mehr für mich ho euch mach ich im schlaf fertig so der erste ist weg das ist ja lächerlich inzwischen ok wir machen hier einen cut bis gleich